Fürchte dich nicht, Rufus. Wir kommen in Frieden. Ach ja? Warum terrorisiert ihr mich dann ständig? Es muss alles so passieren, wie es schon einmal passiert ist. Ne, das könnt ihr voll vergessen. Und überhaupt, was soll dieser dämliche Aufzug? Wir haben eine Form gewählt, die dein menschlicher Verstand begreifen kann. Was Verstand angeht, seid ihr offenbar keine Experten. Siehst du, ich hab doch gesagt, dass das mit dem Kostüm eine Fuffnex-Idee ist. Nur weil du ständig aus der Rolle fällst. Wir können ja tauschen. Du wirst mit Sicherheit der bessere Elefanten, Schischnox. Hallo! Ich unterbreche ja nur ungern, aber ich muss dringend nach Elysium. Nein, das darf nie passieren. Alles muss so bleiben, wie es immer war. Du meinst, wie es schon immer gewinnt wird. Boah! Gute Reise, Dumbo und Elefant!